Was soll ich... Ah, muss auch drücken. Ja, dann nehmen wir mal den Chef, Jason. Ich hoffe mal, er rockt jetzt richtig. Der war, glaube ich, T-Rex. Die pinke... Der pinke Ranger war, glaube ich... So... Und... Terranodon? Nee, wie die heißen? T-Rex? Keine Ahnung. Und Zack war, glaube ich... Ähm... Mammut. Naja. Kloppen wir uns erstmal hier... Ja, hallo! Durch den... Dreck hier. Durch den Abwasserkanal. Ja, richtiger drahtiger Bursche hier. Ah, das ist blöd, wenn man so auf verschiedene Ebenen kämpfen muss. Gehen jetzt auch erstmal hier in die Lila in der Mocke. So, erstmal den Elektroschrott kaputt machen. Achso, wir können auch einfach nach unten. Okay. Okay, er macht so eine Drehfaust. So. Oh, nein, 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 nein. Das ist mies, das ist mies. Ey! Hallo. Oh, jetzt reicht's mir. So. Äh, erstmal hier ein bisschen aus der Gefahrenzone. Genau. Jedes Körperteil wird hier bearbeitet. Klatsch. Ah, wollte ich das Ding noch kaputt machen? Vielleicht wäre da ja was drin gewesen. Oh, ne, egal. Weiter geht's jetzt einfach. Ach, hier kommen auch wieder welche. Aber das ist mies hier. In der Enge. Können wir überhaupt nicht springen? Oh! Ey. Pff. Ha. Beste Wurfattacke. Komm. Krista, noch im Kopf. Und weiter. Sehr schön. Die Spinne. Lassen wir mal Spinner sein. Weg. Blödes. Geschmeiß hier. So. Bisschen weg. Kriegst du direkt hier den Wurf. Komm. Zack. Zack. Ducken. Und direkt ins Gesicht rein. In your Gesicht, ey. So sieht's nämlich aus. Weg. Weg. Genau. Wollen weiter. Oh, aber ein Schenkelchen hier. Zack. Auch kein Problem. Komm. Solange wir Zeit haben, einfach das volle Moveset hier machen. Klatsch. Zack. Ducken. Oh. Matrix-Style. Matrix-Style. Wie ist es denn was? Weiter geht's. Das hier komischen Schrauben da. Oh. Ne, das gefällt mir nicht. So, jetzt aber. Da ist Zeit für da. Komm. Und nochmal da unten. Ein aufs Hühnerauge. Ehmann. Zack. Äh. Das war mies. Das war mies. Geil. Erstmal aufräumen. Ah. Verdammt. Okay. Sprungkick. Das ist jetzt mies. Ach, die kommen sogar hier hoch. Komm. Und wegschmeißen. Genau. Uah. Und ein Ruf. So. Du kommst noch runter. Ah. Wir haben schon wieder die Hälfte der Energie fast wieder weg. Egal. Aus dem Weg. Wir kloppen uns weiter. Durch die Mocke. Auf das ist mich, Frohlock. Uh. Weg da. Und zack. Kriegst du einen unteren hier. Überall. Schneller wieder. Blitz hier. So. Klatsch. 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 Alle zerplatzen sich hier hoch. Klatsch. Aus. Oh. Der ist sogar schon weggekommen. Uh. Jetzt. Genau so. Und alle. Genau. Schön geduckt. Ah. Verdammt nochmal. Ich hätte sich drauf geachtet. Komm her. Komm. Ja. Nicht getroffen. Perfekt. Ein gutes Augenmaster, Junge. Ja. Und wir sind schon bei der Hälfte. Und es ist ein Augenschleim-Monster. Direkt, Bauer. Aber das finde ich gut, dass nochmal das Leben wieder aufgefrischt wird. Beziehungsweise die Energie. Und wie ihr auch seht. Ja. Man kriegt überhaupt kein Leben geschenkt irgendwie. So. Er hat hier so einen komischen. Ja. Was ist das für ein Ding? Einfach so ein kleines Schwertchen oder so. Oh. So ein kleines Schwertchen. Komm weg. Putz, putz. Ich dachte eigentlich von früher noch, dass das verschiedene Schwierigkeiten gerade hätte. Aber wir haben ja im Setting gesehen. Da ist ja gar nichts. Da ist ja überhaupt nichts. Mono, Stereo, Passwort, Exit. Leute. Das reicht. Keine Zeit hier. Keine Zeit. So. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Aus dem Wichel. Weg. Zierdreckt die Dresche. Klatsch. Oh. Äh. Okay. Das dauert viel zu lange. Ah. Nee. Du sollst schlagen. Du Eimer, ey. So. Komm. Klatsch. Klatsch. Und jetzt wird gekriegt. Oh. Wie so eine Lady. Das ist richtig feminin hier. Sag mal. Kannst du mich verarschen? Da kriegt jetzt trotzdem eine drauf. So. Das Ding machen wir eben kaputt. Genau. Wuh. Aber jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja. Komm runter hier. Na das sieht aber ein bisschen komisch aus. Egal. Äh. Achso. Der. Zack. Egal. Wir gehen einfach weiter. Ja. Scheiße drauf. Und jetzt. Sag ich spring nicht in so einen Laser rein. So. Komm ran. Und weg. Und klatsch. Klatsch. Ey. Dass die aber auch sofort mal das Messer zücken. Die Blödmänner. Komm. Klatsch. Und weg. Hohen Bogen. Weg hier. Ich will jetzt weiter. Wie dieses Schleimmonster besiegen. Komm. Bam. In your face. Ja. Go. Hallo. Oh. Das ist natürlich jetzt nicht so pralle. Geht jetzt erstmal ab nach unten. Komm ran. Ah. Ein bisschen können wir uns... No. Hä? Oh. Das ist mies. Das ist richtig mies. Aber er schwimmt auch ziemlich feminin. Was hast du gesagt? Oh. Das ist mies. Leute. Das ist mies. Aber es ist nur noch einer da. Äh. Ach. Verdammt. Jetzt reißen wir uns. Komm rein. Ah. Zerplatze, du Wurm. Blöden... Ja. Wir warten mal am besten hier. Wie das aussieht. Oh lolololo. Ja. Komm. Komm. Weg jetzt. Ach ja. Super, ey. Äh. Die holen gar nicht ihre Messer raus. Schwimmen wir mal hier unten lang. Na gut. Haha. Da hat es ja noch einigermaßen gut geklappt. Oh Gott. Diese Stelle ist richtig mies. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt ihre Messer rausholen können oder nicht. Egal. Du kriegst jetzt erstmal Schläge dafür. Dass du mir hier so auf den Sack gehst. So. Weg ist er. Was ist hier los? Mal auf. Wahrscheinlich müssen wir erstmal gegenpreschen. Genau. Glück. So einfach geht das. Und das Wasser ist weg. Oh. Wandsprünge. Äh. Äh. Okay. Dann kein Problem. No problem. Rot Ranger. Ranger. So. Komische Gas. Genau. Auf. Hopp. Und hopp. Und nochmal. Hallo. Stell dich doch nicht so blöd an. Und weiter. Komm. Genau. Zack. Ich glaube dieses Level werde ich noch machen. Und dann werde ich erstmal die Session beenden. Nächstes Mal weitermachen. Drei Level. Ja. Warum nicht. Ah. Komm jetzt. Genau. Ein bisschen rutschen. Büss. Beste Sound. Büss. So. Das ist alles kein Problem. Hauptsache kein Rumgeschwimme. Das ist nämlich ein bisschen nervig. So. Ich denke mal jetzt kommen wieder Gegner en masse hier. Doch nicht. Kommt schon der Gegner? Oder nur noch ein Abschnitt. Noch ein Abschnitt. Okay. Oh. Was ist das denn hier? So ein Kacklevel. Oh. Das gefällt mir nicht. Ne. Da hoch kommen wir nicht. Oh. Der ist doch auch so lang. Ne. Ich glaube da hoch kommen wir nicht. Ne. Schade eigentlich. Äh. Ja. Genau. Genau. Wir schwimmen nochmal eben nach links. Nicht dass da irgendwas noch ist. Ne. Äh. 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 Schwimmen jetzt einfach hier oben rum. Ich hoffe mal. Ah. Der Fuzzi ist doof da unten und kommt nicht hinterher. Doch er kommt hinterher. Ja. Nein. Hauptsache der bückt sich nicht und sticht uns jetzt ab. Aber er braucht ja nicht atmen. Warum auch ne. Doch jetzt mach das. Egal. Jetzt war ich weg. Komm hoch jetzt. Wo müssen wir sind lang. Mach mal voll hier das Becken. Links oder rechts? Ach. Okay. So. Jetzt. Hör auf hier jetzt. Noch ein bisschen nach unten. Sonst komm ich da nicht hoch. Komm. Ja. Genau. Perfekt. Bleib ja auch direkt mal hier oben. Einfach weg. Ne. Komm mal hoch hier. Das geht schneller. Ja. Schön hier rüber. Aber ich glaube jetzt kommt doch kein Wasser mehr. So. Du kommst hier hoch. Ach doch. Ich musste ja meinen Mund wieder aufmachen. Zum Glück wurden wir nicht getroffen. So. Klacka klatsch. Aber es ist dann hier nochmal. Weg jetzt mit dir. Ah. Komm. Komm weiter. Und es geht. Hä? Achso. Oh oh. War es kurz am lecken. Mach mal mein PC mal gerade. Nicht irgendein Gedöns wieder nebenbei. Dann raste ich aber aus. Ne. Hier müssen wir denke ich mal lang. Komm. 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 Sehr schön. Sehr schön. Oh. Ne. Jetzt kommen wir auch. Da oben ist was. Ah. Oh. Ne. Da warten wir jetzt nochmal bis das Wasser kommt. So ja nicht hier. Ne. Das bringt uns auch nichts. Machen wir so. So müssen wir das machen. Ja. Bombe. Haben wir leider schon. Wow. Wow. Ganz vorsichtig hier. Wenn mein Computer so rumknuspert. Das ist nicht so pralle. Dann macht er wieder irgendein Gedöns. Das gefällt mir nicht. Komm. Jetzt ein bisschen leben bitte. Ich hoffe mal. In der Aufnahme leckt das nicht zu sehr. Oder konnte man das nicht merken. Ich habe es jetzt ein bisschen gemerkt. Aber egal. Es ist noch spielbar. Los. Ich habe keinen Bock jetzt hier durch die Kloake zu schwimmen. Aber auch komisch, dass das lila ist. Ich will gar nichts. Ich will es nicht wissen. Ja. Komm runter hier. Ah. So. Weiter. Ich glaube jetzt kommt der Bosskampf. Genau. Ah. Diese Musik. Jetzt gibt es auch direkt was auf dem Schleimkopf. Schau dir auch in die Augen. Ah. Kleines Mann. Hä? Hä? Egal. Haben wir Zeit drauf zu kloppen. Wow. Duckel war häufig nicht. Duckel. Duckel. Genau. Ja. Da können wir einfach drauf kloppen. Wie gesagt. Wir haben auch noch unsere. Ah. Das ist auch eine scheiß Attacke. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Genau. Könnte ich ein bisschen besser ausweichen. Ah. Verdammt. Ich mache einmal eben meine Bombe. Könnt ihr die mal sehen. Genau. Zack. 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 Hauptsache ich werde jetzt nicht von dem Vieh getroffen. Ich muss aufpassen. Ich darf nicht zu oft Schleiß ist denn da. Nicht zu oft zuhauen. Und sehe ich das nicht. Beziehungsweise sonst reagiert die Figur nicht schon. Nein. Wow. Habe ich das denn jetzt gemacht? Was macht er jetzt? Hä? 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 Was machst du? Ah. Ein Auge. Komm ran. Ich hoffe mal nicht, dass wir das ganze Level nochmal machen müssen. Sobald wir jetzt tot sind. Ich hoffe mal der hat hier... Boah. Ich dachte mal wir könnten an die Wand springen. Ah. Nein. Oh mein Gott. Ach komm jetzt bitte nicht nochmal das ganze Level. Perfekt. Okay. Dann passt das ja auch. Dann besiegen wir nochmal eben schnell den Gegner. Jetzt haben wir keine Bombe mehr. Egal. Besiegen wir eben nochmal schnell den Gegner. Und dann beende ich auch die Session erstmal. Oh. Oh. Spring doch du Lappen ey. So diesmal nicht. Diesmal hatte ich ein bisschen mehr Raum zum Ausweichen. Komm. Ducken. Springen. Och. Mensch. Komm. Sehr schön. Und weg. Sehr schön. So. Komm. Sehr schön. Was macht er jetzt? Das macht mir Angst. Einfach nur gehen. Das macht Angst. Truff. 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 Oh. Okay. Ducken. Ja. Einfach weiterhauen. Oh. Okay. Das hat geklappt. So geht das eigentlich. Ja das ist. Was die Attacke soll. Keine Ahnung. Das macht uns ja doch nicht so viel Schaden. Beziehungsweise haben wir da genügend Zeit anzugreifen. Genau. Jetzt verwandelt er sich wieder. Ja dafür hätten wir eigentlich die Bombe gebrauchen können. Okay. Ich komme da auch so gut dran. So. Egal. Wir müssen nur kurz warten bis er was macht. Genau. Och. Ich. Kein Kommentar jetzt. So. Mach nochmal dein blödes Auge. Komm. Genau. Und jetzt haben wir wieder Zeit. Komm. Och. Och. So jetzt aber. Uah. Perfekt. Wie ein junges Rehkitz hier ausblichen. Komm. Einmal geht noch. Genau. Sehr schön. So muss das sein. Das macht jetzt auch nicht viel mehr. Das ist wie der Kopf bei dem Skelett. Genau. Schön ein paar mal draufkloppen. Ausweichen. Und da kriegst du den Krieg jetzt fliegt nicht höher her. Ah. Er ist Geschichte. Haha. So. Ich denke mal wir schreiben uns nochmal eben das Passwort auf. 394. Äh. 3904. Und ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht mit Mighty Morphin Power Ranger für das Super Nintendo. Dann seid doch wieder im nächsten Part mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dann meine Freunde.